Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo, ich bin Natascha und ich erkläre euch heute den Stockwerkaufbau des mitteleuropäischen Mischwaldes. Wir schauen uns die verschiedenen Stockwerke mit ihren Vertretern an, die klimatischen Faktoren im Wald und die Tiere, die in ihm leben. Unser Mischwald ist ein Ökosystem, an dem sich sehr gut erklären lässt, was Schichtung in einem Biotop bedeutet. Dieses Prinzip gibt es in jedem Ökosystem und in jedem Ökosystem, das auf dem Festland angesiedelt ist, gibt es zumindest drei Schichten. Oberirdische Schichten, Bodenoberfläche und Bodenschichten. Sogar die Tierarten im Wald sind mehr oder weniger an die Schichten und damit an die Pflanzen, die darin leben, gebunden. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.